Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mystiker Aquaculture Tutorial. Heute geht es um den Awakened Supremium Gemstone und der Awakened Supremium Gemstone wird hergestellt mit einem Prosperity Gemstone, der aus vier Prosperity Shards und einem Diamanten besteht, also relativ einfach noch an der Stelle. Und zusätzlich noch zwei Awakened Supremium Essenzen und diese Awakened Supremium Essenzen bekommen wir aus dem Awakened Supremium Block. Und diesen Awakened Supremium Block können wir herstellen mit einem Supremium Block, Cognition Dust und jeweils 10 Elemental Essenzen. Das bedeutet, dass es definitiv ein High End oder High Tier Item oder Endgame Item und dementsprechend auch schwierig zu bauen. Das Awakened Supremium Gemstone wird benötigt im Awakening Alter to create einige von den Armorsets und Waffensets und Toolsets vom Awakened Supremium. Und ja, wir brauchen als Basis immer das Tool oder die Rüstung. Wir brauchen zwei Awakened Supremium Gemstone, zwei Awakened Supremium Ingots und im Grunde genommen die Essenz jeweils 40 Mal. Und das wollen wir einmal in diesem Video nachbauen. Das heißt, zunächst einmal resetten wir einmal das Redstone Signal. Je nachdem, was ihr da habt, kann sich das natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Dann brauchen wir auf jeden Fall Essenz. Wir brauchen jeweils nur einmal Essenz, das ist okay. Also wir bräuchten 10 Essenz. Ihr müsst darauf achten, dass ihr die Vessels am besten nicht zu viel Verlust habt. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen Verlust haben, um das hier einfach mal einfach zu zeigen. Und wir brauchen noch einmal die Ingots und den Gemstone. Das heißt, die Gemstone einfach im Grunde genommen gegen diagonal auf die Pedestals platzieren. Einmal nochmal, zweimal noch die Ingots. Und dann können wir das Ganze einmal zusammenbauen und erhalten danach unser Awakened Supremium Schwert. Und haben somit einen Teil von ganz, ganz vielen Teilen für unsere Awakened Supremium Rüstung, Tool und Waffensets entsprechend zusammengebaut. Ja, soviel auf jeden Fall zum Gemstone, Awakened Supremium Gemstone. Und vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.